TROPICO TROPICO Heute zelebrieren wir einen majestätischen und grandiosen Moment unserer sonnigen Geschichte. Die Bürger sind auf den Straßen und Feiern, statt zu rebellieren. 20 Jahre TROPICO Und nicht einmal auswärtige Propaganda war in der Lage, unsere ewige Flamme zu ersticken. Ein hochrangiger Politiker aus einer befreundeten Nation steht für einen Kommentar zur Verfügung. Hilfe! Ich werde gegen meinen Willen festgehalten! Äh, Kalypso hat als Publisher eine wegweisende Rolle in TROPICOS Geschichte gespielt. Aus den Baracken von gestern sind die Willen von heute geworden. Die Wirtschaft floriert, Export, Wissenschaft und definitiv keine Waffen jeglicher Art und die Redefreiheit unter El Presidente ist mehr oder weniger garantiert. Feiern Sie heute mit uns! Schnappen Sie sich das monumentale TROPICO 6 mit einem Rabatt für ein System Ihrer Wahl und verdienen Sie glorreiche Preise auf der Lama-Piñata-Jagd. Bei der Erstellung dieses Videos wurden keine echten Lamas verletzt. Halten Sie im Laufe des Jahres Ausschau nach weiteren Neuigkeiten rund um das Jubiläum. TROPICO – Auf El Presidente vertrauen wir! »Kάλatten« »K tenho verse fünf« »Kahala« »Kamala« »Kahala« 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017